UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Bokanabiso ist die Asociation Ojojo-Laki-Saka-Banna-Oba-Botami-Ana-Menik. Ich bin Adikha, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich komme aus Mexiko, wo ich Aktuation studiere. Hier habe ich eine Gruppe von Theater. Ich bin ein Klavier- und 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 Klavier. Ich heiße Sophia. Ich heiße Joana. Ich heiße Felix. Wir präsentieren die Gruppe von Jacques Vojnicel, den Kader der Kirche der Romana München. Ich spreche Rumänisch, weil ich in Rumänien geboren bin. Und ich spreche Deutsch, weil ich seit 30 Jahren in München lebe. Aufgrund der Beziehung wird in der Bosnischen Schule, und wir arbeiten in der Organisation und der Realisation dieser Balkan. Ich bin hier in den Kader, und ich bin in den Kurden, ich bin hier in den Kurdistanischen Gebieten. Ich bin hier in denen in die Zukunft einer neuen Verbinderteilegung. Und ich bin hier auch schon ein Mensch. Danach wurde ich in der Schule in England, in der Schule und in der deutschen Kommune gehört. Ich bin hier in der Englischen Schule. Wir werden zuerstellen, die Sprache ausl Italy, in der Gesellschaft und in der Gesellschaft. Ich bin hier in der Gesellschaft. Ich bin Amina, jetzt bin ich hier in den Mattenburg. Als ich in der Sowjeturkunde bin. Ich spreche dann ein bisschen mit Bosnisch, Schwer, Seher, in der Sowjeturkunde. Ich bin in der Runde, aus dem ich in der Runde komme. Ich bin in der Runde in der Runde, und in der Runde komme ich in der Runde. Ich bin in der Runde, in der Runde. Ich bin in der Runde. Meine Runde ist bielorussisch. Ich spreche auch in der Runde, in der Engelskirche und ein bisschen in der Niematsche. Ich bin Armeila Buchhova, und ich bin aus Slowenburg. Ich bin in der Runde, und ich bin in der Runde, was ich in der Runde. Ich bin in Runde.